Hi, gut, dass du da bist. In diesem Lernvideo erfährst du Wichtiges zur Zeitform Futur 2. Die Fragestellung in diesem Video lautet, wie wird die Zeitform Futur 2 gebildet und verwendet? Um dieses Video zu verstehen, solltest du dich schon in den Lernbereichen Verbgrundwissen, Verbpersonalformen sowie mit unregelmäßigen Verben auskennen. Zudem solltest du wissen, was die Wörter Infinitiv und Konjugieren bedeuten. Schließlich solltest du dich mit den Zeitformen Perfekt und Präsens auskennen. Zu all diesen Lernbereichen findest du Lernvideos und Arbeitsmaterialien auf iwi-unterricht.de. Auf einem Zeitstrahl liegt das Futur 2 nach dem Präsens im Bereich der Zukunft. Da es sich um die vollendete Zukunft handelt, liegt das Futur 2 vor dem Futur 1. In einigen Grammatikbüchern wird das Futur 2 auch nach dem Futur 1 eingeordnet. Beide Varianten sind also in Ordnung. Schauen wir uns an, wann du das Futur 2 verwendest. Wenn du vermutest, dass eine bestimmte Handlung in der Zukunft abgeschlossen sein wird, benutzt du das Futur 2. Das Mädchen in diesem Video ist 16 Jahre alt und kann daher noch nicht Auto fahren. Sie könnte folgendes vermuten. In zwei Jahren werde ich meinen Führerschein gemacht haben. Dieser Satz steht im Futur 2. Wir benutzen das Futur 2 aber noch in einem anderen Zusammenhang. Im Alltag benutzen wir das Futur 2 häufig, um eine Hoffnung oder Vermutung über etwas auszudrücken, das schon vergangen sein könnte. Die Frau im Video wundert sich, dass ihr Freund noch nicht zu Hause ist und denkt, er ist schon eine Stunde zu spät. Sie könnte sich Sorgen machen. Hoffentlich wird nichts passiert sein. Dieser Satz steht auch in der Zeitform Futur 2. Schauen wir uns jetzt an, wie das Futur 2 gebildet wird. Um das Futur 2 zu bilden, brauchst du immer das Hilfsverb werden, das Partizip 2 und das Verb haben oder sein. Das Hilfsverb werden ist konjugiert und enthält somit die Information über die Personalform. Die Verben haben oder sein stehen immer im Infinitiv. Genauere Informationen zur Konjugation bzw. zur Bildung des Partizips 2 erhältst du in den Lernvideos Verb Personalform und Partizip 2. Die konjugierte Form des Hilfsverbs werden steht in einem Satz im Futur 2 immer an zweiter Position und die Verben haben bzw. sein am Satzende. Schauen wir uns das im Beispielsatz vom Beginn des Lernvideos an. In zwei Jahren werde ich mein Führerschein gemacht haben. Werde steht hier an der zweiten Position und haben am Satzende. In zwei Jahren ist eine adverbiale Bestimmung der Zeit und diese Wortkombination steht an der ersten Stelle des Satzes. Werde steht also an zweiter Position im Satz, auch wenn es nicht das zweite Wort des Satzes ist. Wenn du einen Satz ins Futur 2 umformen möchtest, kannst du schrittweise vorgehen. Setze den Satz zunächst ins Präsens. Unser Beispielsatz würde dann so lauten. Ich mache meinen Führerschein. Im zweiten Schritt setzt du den Satz ins Perfekt. Unser Satz lautet dann Ich habe meinen Führerschein gemacht. Um nun das Futur 2 zu bekommen, setzen wir das Verb habe im Infinitiv, also haben, ans Satzende. Die freigewordene Lücke an zweiter Position im Satz ergänzen wir mit der konjugierten Form des Hilfsverbs werden, also werde. Stoppe jetzt das Video und fasse das Wichtigste in ganzen Sätzen zusammen. Fassen wir zusammen. Du benutzt das Futur 2, wenn du vermutest, dass eine bestimmte Handlung in der Zukunft abgeschlossen sein wird. Im Alltag benutzen wir das Futur 2 häufig, um eine Hoffnung oder Vermutung über etwas auszudrücken, das schon vergangen sein könnte. Um das Futur 2 zu bilden, brauchst du immer das Hilfsverb werden, das Partizip 2 und das Verb haben oder sein. Die konjugierte Form des Hilfsverbs werden steht in einem Satz im Futur 2 immer an zweiter Position und das Verb haben bzw. sein am Satzende. Bei der Bildung des Futur 2 kannst du auch schrittweise vorgehen. Einen Satz im Präsens kannst du zunächst ins Perfekt setzen. Dann das konjugierte Hilfsverb haben im Infinitiv ans Satzende schieben und die Lücke an zweiter Position des Satzes mit der konjugierten Form des Hilfsverbs werden füllen. Wenn du jetzt alle Lerninhalte verstanden hast, dann weißt du, wie die Zeitform Futur 2 gebildet und verwendet wird. Wenn du noch unsicher bist, könntest du das Video erneut schauen, Übungsaufgaben machen oder deinen Lehrer bzw. deine Lehrerin fragen. Dieses Video ist urheberrechtlich geschützt. Das Video ist urheberrechtlich geschützt.